Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme! Du musst dich verstecken, Kalito. Wir machen es nochmal. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ich komme! Das war schon viel besser. Aber du musst dich so verstecken, dass ich dich nicht gleich finde. 8, 9, 10. Ich komme! Hm. Diesmal hat er sich richtig versteckt. Wo ist er denn? Ha! Hab ich dich! Ups, Entschuldigung! Aber jetzt hab ich dich! Suchst du wen, Togolino? Na, Kalito. Wir spielen nämlich Verstecken. Ach so. Also, hier ist er nicht. Aha! Ach, nö! Wo bist du denn? Juhu! Kalito! Wo ist der denn nur? Aha! Ja, wo ist denn der Kalito? Ja, wo könnte er denn bloß sein? Hi! Na? Gefunden! Bei den Keksen. War ja klar. Ham! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Ja, 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 ja! Gleich bist du da! Hurra! Hä? Nein, doch nicht da lang! Ja, ja! Gewonnen! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Ah! Uh! Jetzt ist Togolino-Zeit! Das bin ich! Los, wirf Florina! Okay. Ja. Der war weit. Was ist das denn? Komm mal, Florina. Was hast du denn da? Das ist ja eine Schatzkarte. Hey, das ist doch unser Bauernhof. Hier ist der Sandkasten. Da ist das Baumhaus. Das ist das Haus. Dann ist der Schatz also. Im Blumenbeet. Los, lass uns das sehen. Und, hast du schon was gefunden? Nein, hier ist kein Schatz. Schade. Aber warte mal. Ja? Ich habe eine Dose gefunden. Eine Dose? Ja, und da steckt noch was drin. Ein neuer Hinweis. Was steht denn drauf? Hä? Äh, ein Huhn? Also bei den Hühnern. Ich kann keinen Schatz entdecken, Toccolino. Vielleicht müssen wir uns die Hühner mal genauer ansehen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich sehe noch mal im Wohnwagen nach. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Monty, bist du das? Wow, Schoko-Eier. Das ist aber ein leckerer Schatz. Danke für die tolle Überraschung, Monty-Huhn. Gok, gok. Jetzt ist Toccolino-Zeit. Das bin ich. Und zack. Hui. Ups. Äh? Wo ist denn die Leiter? Wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaff' das schon. Äh. 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 So hoch. Hm. Und Anlauf. Äh. 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 So, jetzt aber. Ja. Ha. Volltreffer. Ja. Gleich hab ich ihn. Äh. Nicht. Ha. Hiermit klappt's bestimmt. Hahaha. Ja. Äh. Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Florina, hier oben. Hey, Toccolino, was machst du denn da? Ich häng hier fest. Kannst du mich abholen? Na klar. Hi. Und hopp. Hui. Oh. Genial. Danke, Florina. Warte, wir müssen noch mal zurück. Okay. Hopp. Oh. Haha. Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Toccolino. Das war's mal. Tschüss. clarify. Bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020